TURN IT UP! Hier extrem gesuchtet und jetzt habe ich das halt auf dem PC, jetzt kann ich das mit Freunden spielen, die das Spiel auch haben, beziehungsweise jetzt kann ich das auch streamen und natürlich auch aufnehmen, wie ihr jetzt sehen könnt. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an Lila für die ganze Aktion, bedeutet mir echt viel, Dankeschön. Heute spielen wir denke ich mal Multiplayer Deathmatch, ich denke mal Eroberung groß, sollte man jetzt erstmal nicht machen, sonst geht das Video echt viel zu lange und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich auf einem Server drauf bin. So, wir sind nun in der Lobby drin, ja, wir haben es geschafft, wir spielen Operation Spind, meiner Meinung nach eine sehr, sehr coole Map, muss ich ja wirklich einfach mal sagen, da ist ja eine Granate, die nehme ich natürlich nicht gerne herzlich an. Hä, was war das denn? Alter, wie heftig lag das denn hier gerade? Ich habe einen 29er Ping, der hat doch mit dem Rücken zu mir geschaut, wieso, was zur Hölle ist da passiert? Verarschkeh mich selber, ne, ehrlich. Das war ja wohl ganz klar, der war ja mit dem Rücken zu mir. Naja, egal, wenn er, wenn er meint, wenn er das Spiel meint, so eine Scheiße jetzt hier durchsetzen zu müssen, dann meinetwegen, wozu sollen sie es machen? Trotzdem werden wir am Ende gewinnen. Ich bin momentan im US-Team, ja, die USA, die US Army, mein, mein Fall natürlich, mein Spezialgebiet. Das Problem ist, du siehst halt nichts. Du siehst halt nichts. Wie ist denn das, wenn ich, wenn ich meine Grafik einfach mal runterstelle, ja? Sie sehe ich dann vielleicht wie ein CS hier auf einmal besser, schneller oder besser durch, oder was? Wie, wie bei den Molotovs ein CS. Ist ja unglaublich, ey. Willkommen zu Battlefield 4. Hier. Ja, letztlich. Da, ich sehe dich ja wohl, ne? Hier, Kollege Schnürschuh. Da brauche ich gar nicht lange überlegen, und da balle ich schon rein. Okay, alles klar. Wenn er nicht will. Muss er halt nicht. Lass mich hier durch, Idiot. Wenn ich schon Kills machen soll, dann musst du mich halt auch durchlassen. Null number one. Jawohl, das war ja wohl jetzt ja nicht die schwerste Arbeit. Der hat jetzt aber auch so ein bisschen für mich hier herangestellt, habe ich das Gefühl, ey. Der wollte, dass ich ihn umbringe. Ne, da geht's gar nicht weiter. Die Deathmatch-Server, oder die Deathmatch-Maps sind ja unglaublich klein. Das vergesse ich jedes Mal. Ah, so wie die... Alter, unser Team wird ja absolut geschlachtet. Ja, aber nicht mit mir, ne? Ganz einfach. Wenn er meint, hier rumschlachten zu müssen, tja. Soll er das mal denken. Ah, scheiße. Den einen habe ich noch gekriegt. Es steht 3 zu 1. Das ist jetzt nicht die beste. Katja-Lauf ist erster. Katja-Lauf. Wer liebt denn diese Katja, Alter? Zur Hölle nochmal. Von dir hat... Oder er, kannst du von ausgehen, hat 17 zu 0. Lass mich doch hier durch, Mann. Was ist mit dir denn? Psycho-Amed, Alter. Mach die Mannen Döner fertig, wenn du so Psycho bist. Damals der Scheiße. Nein, 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 da gibt es nichts. Egal, ich habe Punkte gekriegt. Das ist das, was sie jetzt. Ich habe 4 zu 2. Ist ein 2-Akadema jetzt. Nicht, nicht den Plagen und Sagen. Wir schaffen das. Katja-Lauf hat 18 zu 0, Mann. Was geht denn bei der Ollen? Was ist mit der Ollen los hier? Achso, ja. Guck mal, das Problem ist, ich sehe nichts. Und dann treffe ich auch nichts. Wenn ich etwas sehe, dann treffe ich auch wieder nichts, weil ich, keine Ahnung, Tomaten auf den Augen habe. Was weiß ich, was hier los ist? Liegt vielleicht an den kosmischen Strahlen im Osten hier, wenn ich aus dem Fenster glotze oder es liegt an sonst was. Aber Treffen ist es nicht, was hier gerade in der Luft liegt. Was soll ich denn machen? Ich sehe euch ja nicht mal. Und den habe ich gesehen. Ja, und bin sofort wieder tot. Ich sollte einfach nicht da reingehen, wo die Gegner sind. Sonst endet das hier gleich in einem Massaker. Das geht gar nicht. Hier ist ein Blutbad. Das haben sie noch nie gesehen. Das ist nicht mal in einem Fleischwolf möglich, so viel. Na komm, so schwer ist es hier. Na, da gehe ich nicht lang. Komm, mach die Scheiß-Tür auf. Hallo, mach die Scheiß-Tür auf. Das bewege ich mich dann halt hier so in diese Region hinein. Weil von draußen da rein, wo die ganzen Gegner sind. Alter, das ist Selbstmord hoch 75. Alter, ich bin doch nicht so alt, um sterben zu wollen. Na, jetzt bin ich... Das ist nicht passiert. Es hat gelegt. Ich schwöre auf das Leben meiner großseligen Mutter. Das ist ja jetzt nicht... Ich habe... Das hat gelegt. Ich wollte die Treppe runterballern. Ich wollte mich ja nicht selbst umbringen. Wie dämlich ist das denn? Jemand geht doch nicht in den Krieg, um sich selbst umzubringen, Alter. Ach komm, da habe ich doch jetzt hier... Da war ja auch ganz klar drauf hier, ne? Komm mal hier. Hier ein bisschen Realismus, ne? Das ist unglaublich. Wie eine schreckliche Massaker. Ich stehe, ey. 5 zu 6, Mann. 5 zu 6. Und die Runde ist gleich vorbei. Und ich habe noch nie so schlecht gespielt, ey. Das gibt es ja wohl gar nicht. Sieben Kills fehlen uns noch, dann sind wir durch. Und ich habe so schrecklich gespielt wie noch nie in meinem Leben. Heilige Mutter Maria, was ist das für ein krankes Spiel hier gerade? Komm, zeig dich. Ich weiß doch, dass du da bist, komm. Du jetzt mal nicht so, ja? Hier, ne? Ich bin nicht so, als wären wir nicht da. Wie heftig muss ich denn auf diesen Idioten draufballern, bis der denn umflapsst? Ey, ist ja unglaublich, Alter. Was ist das denn? Was hat der denn geschluckt, Mann? Es ist unglaublich, was hier abgeht, ey. Das ist doch die absolute Dreckscheiße. Was wollen die denn, dass ich spiele? Wollen die denn alle, dass ich Sniper spiele? Nein, die haben gewonnen, ey. Rennen müssen akzeptieren. Schade, funktioniert nicht. Junge, 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 Junge. Was war das für ein Match? Ich würde aber sagen, dass ich noch ein Match mache. Und bis das nächste Match dann losgeht, äh, da schneide ich dann euch einfach, äh, hier rein. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn die nächste Runde losgeht. Alles klar, hier sind wir, Belagerung von Shanghai. Hoffentlich läuft das ein bisschen besser jetzt hier, ähm. Für alle, die es nicht wissen, ähm, soll es auch keine Ausrede sein. Und zum Beispiel die Ausrede, dass ich jetzt hier gestorben bin. Ähm, für alle, die es nicht... Der ist unsichtbar, wie soll ich den denn auch sehen, Alter? Jetzt wurde er erst geladen, Junge. Was ist denn das für ein Serverbereitstellung, Alter? Die drei von den Berlinern, oder wie der Server hieß, Alter. Ich erinnere mich noch beim Ladebildschirm, da stand das irgendwie. Die drei von den Berlinern, Alter. Verdammte Scheiße, Alter. Die drei von den Bielefeldern, Bielefeld 1949, Alter. Kann ja wohl nicht sein. Ich hoffe, es läuft jetzt auf jeden Fall besser. Ähm, es sei gesagt, es ist keine Ausrede, sondern es ist wirklich so, ich habe Battlefield noch nicht so lange gespielt. Nur auf der PS4, halt, aber PS4-Gameplays unterscheidet sich natürlich erheblich vom PC-Gameplay. Ich denke mal, das ist jedem bewusst. Und wieso das kein Hit war, weiß ich auch nicht, Mann. Okay, das war jetzt mein Mäd. Also manchmal ist das... Guck mal, hier, habt ihr es gesehen, wie es gleckt, Mann. Ist ja unglaublich hier, ey. So, Kollege Schnürschuh, komm mal wieder her, du Pelefantse. Ey, du Kaspar. Jetzt schlage ich die Brügel nicht. Nein, nein, alles klar. Die kommen doch safe von hinten oder so. Nein, auf der Map wird nichts von hinten angezeigt. Das wäre jetzt ja noch das, das, das Ultimum gewesen. Hey, du da. Das war ja wohl Headshot hoch 65, Alter. Was soll ich denn noch mit dem Typen machen? Soll ich den vielleicht massakrieren oder was? Bis der gar keine Leber mehr besitzt. Komm wieder. Ich weiß, dass du da hinten warst, Mann. Ja, komm wieder. Alter, das ist hier nicht... Du da. So kriege ich den nicht, ganz ehrlich. So kriege ich den nicht. Forsten wir ihn doch einfach dazu, um zu bringen. Ach, das kann doch nicht sein. Ich treffe nichts. Wieso spiele ich Sniper, wenn ich eh nichts treffe? Ja, komm, ich hab dich doch gesehen. Komm einfach wieder. Sniper spielen uns zu einem. Jawohl, geht doch, war da jetzt nicht so schwer, oder? Nein, das war jetzt wirklich schwer. Das war jetzt nicht schwer. Bleib da stehen. Ne, natürlich nicht. Der ziehe in die Richtung, ne? Da ist er ja. Ey, was das war kein Heht? Das war kein Heht? Wo hab ich denn hingeschossen, Alter? Was ist das für Ticks, Sir? Was ist das 16, Dick oder was? Wo nur 16 Kommandos in der fucking Sekunde geladen werden. Da kann ich ja nicht mal springen und der leckt. Ist ja unglaublich, was hier abgeht. Ne, ich bleib bei Sniper, ist mir scheißegal. Das ist ja ganz mich am Arsch, ey. Ich spiel jetzt die ganze Zeit Sniper. Komm, es kostet was ich wolle, Alter. Ey, ich schlunze in den Kerl rein mit einer Scharfschützen... Mit einem Scharfschützengewehr. Was für ein Repetier-Scharfschützengewehr macht der kein One-Shot, Alter. Was zur Hölle, Mann, ACE. Das ist doch was zu trinken. Das kann nicht sein. Ehrlich, das ist unmöglich. Das ist unmöglich, was hier abgeht. Wisst ihr? So, wenn ich Eroberungen groß spiele im Stream oder so. Ja, 10 Kills ist gar kein Ding, weißt du? Das Dreifache, okay, habe ich auch schon geschafft. Das ist sogar noch relativ anspruchsvoll, so 30 Kills oder so für mein Level. Aber das schaffe ich halt eher, als dass ich unter 10 Kills lande, Alter. Okay, ist ja auf Eroberung. Da sind auch mehr Menschen, die Runden gehen auch länger. Aber trotzdem. Das, was ich hier spiele, ist kein Battlefield. Das, was ich hier spiele, ist auf die Fresse kriegen Simulator 2015. Da ist doch Battlefield 4 rausgekommen, oder? Oder 2014. Oh, scheiße, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ist mir jetzt noch relativ wurscht. Nein, da habe ich... Der steht nur. Der steht nur. Ich treffe nicht. Wenn ich sowas schon nicht treffen kann, wie soll ich denn dann auch einen Gegner töten? Oh, vielleicht so. Hups. Okay. Jetzt läuft es relativ. Jetzt brauche ich mich nicht mehr so viel beschweren. Da hinten habe ich dich doch gesehen. Ja, ach nee. Dazu treffe ich den nicht. Das war auch kein Hit. Achso, der ist vorher gestorben. Mann, 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 Mann. Das Spiel ist manchmal echt komisch. Ich... Wüsste was? Wieso sollte ich mich auch wegbewegen? Ich bin Sniper. Dich da, hallo, ey. Nein, 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 nein. Nein, nein, da sehe ich nur aus dem Kopf. Da kann man nicht durchschießen. Was ist das denn? Panzerglas? Leute, jetzt habe ich jemanden getötet, den ich gar nicht abschießen wollte. Ich kann dann doch nicht durch meine Mate schießen. Lass mich doch... Lass mich doch schießen. Da unten ist einer. Ist kein Scheiß. Da unten war wirklich einer. Sowas stelle ich mir nicht einfach so ohne Grund vor. Egal, kümmere ich mich jetzt nicht drum. Sollte ich vielleicht. Weil gleich werde ich von da abgeknallt. Das sehe ich jetzt schon kommen. Wette, wette, hätte Fahrradkette, alter. Da wäre ich gleich echt dumm gebracht. Heiner? Nein, der dugt sich genau in dem Moment, wo ich abgeschossen habe. Das gibt es nicht. Ich schieße in den Sandsack. Jetzt habe ich nur angehört. Das war doch nur sein Kopf, man. Jetzt geht's. Das ist unglaublich, was hier abgeht. Du kommst gleich von hier raus. Ich weiß das, mein Freund. Ich habe noch einen Schuss. Der muss sitzen. Da, 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 da. Da, 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 da. Nein, das gibt es nicht. Ach, Mann. Ich habe 7 zu 4. 7 zu 4. Es ist ein Skandal, ey. Das ist echt ein Skandal, was hier abgeht. Und sowas, sowas wird auf YouTube hochgeladen, ja. Gameplay vom Feinsten. Und Commentary hast du ja auch noch nie gesehen auf YouTube. Alter, das ist unglaublich. Was ich hier wieder versemmel für Schüsse. Zum Heulen ist das. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich gucke 5 Jahre rein. Der hat mich mit einer Bohrmaschine umgebracht. Schaut euch das mal unten an, Alter. Das könnte eine Bohrmaschine von Borsch sein. Borsch, nicht Borsch, Alter. Borsch ist was zum Essen oder so. Keine Ahnung. Genau, Borsch. Borsch hieß das. Das war was zum Essen. Tschüss. Nicht mit mir. Geh, wir brauchen nicht mehr viele Kills. Okay, das war sehr schön. Nein. Komm, lass die Fallen. Lass die Fallen, die Granat und explodieren. Ach, Mann, ey. Wie, ich hab die geworfen, oder was ist da gerade passiert? Komm, wir können das gewinnen. Ich habe doch gerade, ein Kill brauchen wir. Komm, das ist doch jetzt nicht die Welt. Oh mein Gott, ich bin gestorben, weil ich wiederbelebt worden bin. Wir haben verloren um einen Punkt, Alter. Was ist das denn jetzt schon wieder? Holy shit, Alter. Nur wegen diesem Jojo Makowski. Ski, sind wir draufgegangen. Naja, egal, Leute. Wenn euch dieser Party gefallen hat, dann würde mich daumen hoch freuen und supporten. Ihr könnt auch meinetwegen einen Daumen runter geben, weil das war ja jetzt auch nie wirklich das beste Video aller Zeiten. Also sind wir mal ganz ehrlich. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat diese Party gefallen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss, Kossi, Jankowski und bye, bye.